Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum diesjährigen Sputnik Spring Break 2024 After Movie. Hallo! Hallo, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Also, äh, sehr guten Tag zum BF24. Klöchen! Sehr gut, danke. Oh, Blumenmädchen! Das Blumenmädchen ist da! Bist du ein Rettich? Ne, ich bin Rettich! Ja, Rettich und Rattich! Filmst du schon? Oder guckst du noch? Ja, oder cool. Das wird ja langsam... Also Max, äh, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Tickets holen. Ich soll das absichtlich falsch sagen? Aber ich hab da schon ein Ticket. Ich weiß. Deswegen gehen wir mal ein Bändchen holen. Ach so. Der Rest ist weg. Du kannst das doch da dran lassen, dann muss ich mal mit deinen Möpsen reden. Ja, ich würd das auch sagen. Red doch mit meinen Möpsen. Also, wir sind heute auf dem Sputnik, spring weg. Ich spreche nur ins Mikro übrigens. Schönen guten Tag, hier ist der Max. Max an Möpse, bitte kommen! Max an Möpse, bitte kommen! Max an Möpse, bitte kommen! Max an Möpse, nee, Möpse an Max heißt das doch. Weil ich sag Max an Möpse! Also wirklich! Ja, okay. So, Matti, was machen wir jetzt? Tickets holen! Ja, Matti weiß, dass es Tickets holen heißt. Nee, doch! Nee, Tickets holen. Jetzt weiß ich's schon selber nicht mehr. Wenn ihr Max auf Instagram folgen wollt. Meberlein94 Der Wesen kann ist klar im Vorteil. Und jetzt nochmal für alle. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Blumenmädchen mit A-E. Blumenma-E-Tchen. So. Und jetzt gucken wir uns, nee, jetzt stellen wir uns eine Schlange an. Entschuldigung. Und dann, äh, dann gibt's weitere Informationen. Natürlich. Entschuldigung. Ihr habt einen YouTube-Kanal? Du auch, ja. Seht du? Äh, was haben sie für Socken an? Socken der Saison sind Schornsteinfeger Glück-Socken. Socken der Saison für Glück-Socken? Und den Mittelteil hab ich nicht verstanden. Scherwupp. Das sind Silvester-Socken. Das sind Silvester-Socken. Das sind Silvester, da ist ein Schornsteinfeger hoch drauf. Na ja, aber, äh, Glück ist doch immer Silvester angesagt. Aber was so ein Schorni ist, der hat nämlich gesagt... Machst du wieder Schwarzarbeit? Nee, Nachbarschaftshilfe. Ja. 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 Das war der ... ewig. Musik Tja, so ist das, wenn man erwachsen wird, ne? Musik Schmeckt gut? Ja, der Schönen guten Morgen Footnake Sprint Break Tag 2 Erst am Morgen Wir haben hier eine illustre Frühstücksrunde aufgebaut Guten Morgen Schön lecker Nudelsalat Ein paar Ectrolyte Ein paar Ectrolyte Ectrolyte Frischer Kaffee Frischer Nudelsalat Was gesund ist noch Wegen Vitamine Ich filme Ich war noch nicht Ich bin ein paar Eintro Ich bin ein paar Eintro Ich bin ein paar Eintro Ein paar Eintro In der Eintro Die Eintro Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Ja, da haben wir ja bald alles geschafft Bio-Yoga, Frühstück Matti war schon duschen Jetzt machen wir uns alle die Haare Und dann legen wir uns wieder hin Weil dann sind wir nämlich besorfen Bei mir auch schon rum Bei ihm ist es schon rum Hallo, Alex! Hallo, ich bin der Alex und ich bin auch dabei Einen wunderschönen guten Tag Wir haben bereits den Donnerstag Die Stimmen sind kratzig Die gute Laune Die gute Laune Die Laune ist auch gut Die gute Laune ist auch kratzig Der Parkplatz, Campingplatz und so weiter Füllt sich Und was sie auch füllt Sind unsere Wägen Und zwar mit Bier Schön, dass du da bist Schön, dass ich da sein darf Ja, ja Vielen Dank Achtung, Achtung Hier spricht die Arztpolizei Das Gebäude ist umschnell So, und bei Max Wie der Alex gesagt hat, wir müssen jetzt los Gehen wir jetzt los Gehen wir jetzt los Sind wir jetzt auch los Weil der Bus fährt Der Bus fährt Der Bus Ja, einkringeln Das ist falsch rum Ne, das ist falsch rum Ne, das ist falsch rum So rum Ich weiß es doch nicht Die war süß Die war süß Ha, den krieg ich auch noch Das muss ich wieder rauspieten Nein, warte, den krieg ich auch noch Genau Wir reden jetzt nur noch so Dann muss ich nichts mehr rauspiepen Ich spart arbeiten Ja, ja, ja Du, so ein Videoschneifen Das ist kein Spaziergang Ja, natürlich So, was haben wir dieses Jahr Wie der Nike Letten Und Krokiletten Oder wie? Ne, Socken habe ich heute weggelassen Wegen Schwitzen Ne, Adidas Krokiletten Ne, das sind Krokiletten Ja Aber es sind ja auch irgendwie Adi Letten Du hast Nike Letten Und du hast Adi Letten Mit Krok Ne, Krokiletten Aber von Adidas Na ja Das sind Kroks von Adidas Krokiletten Ach Junge Ich habe dich gestern auf YouTube gefolgt Warst du das? Also Max und ich, wir haben uns jetzt überlegt Wir suchen jetzt nach Brigitte Brigitte Und das Die Sache mit der Betonung machts ja Es ist nun nur ein Pfeil der Betonung Brigitte Brigitte Du hast es schon gedacht Was eigentlich falsch russisch russisch Brigitte! 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 Brigitte wo bist du? Ich glaube sie finden wir heute nicht mehr. Wenn ihr dieses Video guckt und Brigitte heißt, dann kommentiert doch mal, hallo ich bin Brigitte. Wir haben dich gesucht und dich gefunden. Ja genau! Wir machen keine Werbung! Nein, ich doch nicht. Tschüss! Furi! Eins, zwei, drei Furi-Zeit! Und hinten dran gibt's gleich den nächsten Italo-Hit! Petro, 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 Petro B! Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal in Leipzig seid, eine Massage bei Judith. Und ich kann euch nicht sagen! Carmen! Carmen, was ist jetzt? Komm, hopp! Wir müssen los! Die Premiere von unseren neuen Nicky's, die ist jetzt dran. Wir müssen nach Bitterfeld! Das stellen wir heute unsere neue Kollektion vor! In Puch! Da auf so einem Festival fahren wir hin! Wir sind direkt mit dem Boot angekommen! Hier am Anleger! Und die Carmen, die wir heute hier unsere neue Kollektion vorstellen! Die Schanaya hat total tolle neue Trikots bemalt! Die kann ihr Namen nicht schreiben, aber malen kann die toll! Die Carmen hat gesagt, das machen wir auf Nicky's drauf! Und wenn du Interesse hast, wir haben die ganze Kollektion! Und da kriegst du einen Nicky, da kannst du reinstecken, ein bisschen die Turnhosen! Und dann denkst du, Schanaya wäre immer in deinem Schritt mit dabei! Und dann gucken wir uns jetzt mal rein! Oh! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Hier sind fast alle meine lieben Männer zusammen. Da ist Alex, mein bester Freund, den kennt ihr ja. Hallo! Da ist Olli, den kennt ihr auch. Und da ist Ronny, mein Bruder, den kennt ihr doch nicht. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wuuuh! Du meinst mit Pascal? Hallo Pascal! Hallo Pascal! Hallo! Das Video der Leute! Hilfe! 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 Ich werde Huckaback genommen von diesen verrückten Menschen. Hilfe! Wuhhh! ist los jetzt ist party angesagt und dann nachher zu jimmy trumpett was heißt nachher wir haben es jetzt um eins der spielt also wir haben es ein uhr mittags und der spielt 2 45 nachts muss ich noch ein mittagsschläfchen dazwischen schieben vorsicht stufe warte mal warte mal was gibt's heute? lachs mit ananas und wenn ihr euch auch mal den lachs buttern wollt da kommt auf jeden fall hierher und körpers was? körpersuppe? körperscremesuppe salat tolle küche habt ihr? ja, danke! du bist hier der koch? hier sind alle füche wow ich glaube ich gehe jetzt mal meine fünf minuten terrine essen viel spaß, lass dir schmecken was ist denn hier eigentlich passiert? was denn? na hier? naja, eine wie keine ich muss sagen, das ist ja bunt fürs leben wenn wir untergehen dann schon zu zweit was ist denn hier eigentlich passiert? was denn? habe ich da einen pickel? ja halten, du musst halten ich glaube du bist hier falsch ich? nein weil das ja sonst nicht wachs denn bin ich beim high field hier? ne Freunde der Musik ey, wir haben die uns jetzt warte mal, du freunde stecken morgen schon nach mir ach so, du machst einen Film ja besputt nicht spring break du musst auf Max warten ach so ich warte nicht auf Max Max was ist bei dir? ich hab doch was ich hab doch was ich hab doch was ich hab doch was und Alex schmeckt? war teuer? ich hab doch 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 mir ich hab und jetzt mach uns mal den Christian Rach wieso meine Damen und Herren, ich rauch heute eine Zigarette Ich bin auf den Spring Break. Dieser schmeckt besonders gut, aber ich weiß nicht, was es heute noch so gibt. Ihr Pintar! Vielleicht gibt's Pintar, vielleicht gibt's noch Dosen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist alles ganz lecker. Stream auf jeden Fall ist nicht mein Fall. Aber der Sigi aus dem Märkischen Hotel. Darauf freue ich mich besonders. Von daher in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Festivalauftakt, meine Damen und Herren. Ich bin auf jeden Fall. 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 Freuen wir uns? Ja, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Wer spielt jetzt? Mal gucken, was wird. Wer spielt jetzt? Äh, Sino, glaube ich. Haben die auf jeden Fall geschrieben, also kurz muss er sein. Wo ist seine Stimme hin? Next artist. Wo ist seine Stimme? Die habe ich verkauft. Wir haben Bier. Ich mag Bier. B-I-R. Wir wollen noch ein bisschen Hip-Hop gehen. Auf jeden Fall, alle Hände hochkommt. Wenn der Beat so sieht, wird er mit ein bisschen Wind nach vorne. Wer ist der Wahre? Wir sind jetzt zu Gott, ey. Champion of the Stars. Champion of the Stars. Champion of the Stars. Champion of the Stars. mouth.nix. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, wir haben mittlerweile Samstag und die Falten werden tiefer. Aber die Laune besser. Nicole und Paula sind auch dabei. Stützchen! 1, 2, Polizei, 3, 4, ich hab kein Bier. Ich hab noch Bier. Zwei Menschen versuchen eine Dose zu öffnen. Das hat aber relativ gut. Aber das ist der Anfängerfehler Nummer 1 beim Einkaufen bis Festival. Dose kaufen ohne Öffnungsschniepie. Wir haben gekocht. Wer hat's gemacht? Wer hat's gekauft? Nicola, man kauft doch Dosen mit Öffnungsschniepie. Aber das sind die guten Mackie. Ja, das ist egal auf dem Festival. Nach dem Ort werde ich nicht glücklich. Wir haben heute wieder ganz delikat Knorr, K-Klassik, Mackie und Co. Ja, da hast du doch eh was dabei. Alex, ist da deine Dose auch schon bei? Nee, ne? Die kochen alle nur mit Wasser. Der Rumäne macht seine asiatische Instant-Nudelsuppe auf. Was heißt das? 10.2. Wie heißt das aber? Dose bringe jatynosti. 1, 2, 3, Tavarisch-Kompanie. Linker Tasche, rechter Tasche, ihre Tasche, Wodkaflasche. So, das ist der Moment. 2, 3, Beezin. 3, 4, Rangk windsante. 4, 3, Marketing und R Ten Pensch. 4, 3, N nume 4, consig So kurz vor der Abreise morgen früh haben wir uns überlegt Wir machen mal einen Alkoholtest. 20 Promille. Und ich hatte keine 3.1. Alex hatte 3.1. Das stimmt nicht. Im Leben nicht. Du musst halt immer übertreiben. Was? Alter hier. Maschine. Ich kann Auto fahren. 3.1. 0.3. Gib mir mal den Aufsatz. Guck mal, da geht ja noch was heute. Boah, die ist nüchtern auf dem Festival. 0,13. 1,13. Guckt euch an. Tagessiegerin. Wuhu. Wenn du bei 0 bist, fang ich an. Genau. Wenn du bei 0 bist, kannst du pusten und dann machst du bis gleich. Einfach mal blasen. Blasen wie ein Hase. Aber jetzt wird es spannend. Oh, der muss aber lange rechnen bei dir. Das liegt aber an Matti. Matti hat 0,02. 0,02. 0,02. 0,02. Baut euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, das war das Sputnik Spring Break 2024. Wir sind jetzt alle traurig, weil es schon wieder vorbei ist. Es war eine fette Party. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gebt diesem einen Daumen nach oben. Und damit Tschaui.